Damals, kurz vor der ersten friedlichen deutschen Kontrarevolution, unfriedliche deutsche Kontrarevolutionen hat es reichlich gegeben, von 1848 über 1918, 1919 bis 1933, habe ich in meiner Kolumne Ami Stay Here die Alliierten beschworen, ihre Siegerrechte über Deutschland nicht aufzugeben und die Deutschen zu hindern, sich von den Befreiern vom Faschismus zu befreien. Mein Schluss damals, ich zitiere, die USA waren und sind spätestens seit dem Koreakrieg die bei weitem aggressivste imperialistische Macht. Ihre Opferzahlen zählen nach Millionen. Wer wie ich ihr verhasstes Militär auffordert, in der BRD zu bleiben und die Reste des Besatzungsrechts nicht aufzugeben, sondern notfalls mit aller Macht wahrzunehmen, muss Schlimmeres fürchten. Kurz darauf kam, was befürchtet war und es kam zur Kampagne dagegen, nie wieder Deutschland. Dazu hatten zwei antagonistische Positionen zusammengefunden, die sich kurz zuvor zur Gründung der radikalen Linken zusammengerauft hatten. Die Antiimperialisten, die von der Wiedervereinigung Deutschlands befürchteten, dass auf diese Weise dem US-Imperialismus ein neuer, mächtiger Vasall zulaufen würde. Und die Zivilgesellschafter, die Deutschland als antiimperialistisch-völkische Herausforderung der westlichen Welt verstanden. Die Gemeinsamkeit sollte sich schnell als das Missverständnis erweisen, dass es war. Die eine Fraktion entdeckte, dass Deutschland und Europa immerhin einen sozial gezähmten Kapitalismus erfunden hätten, der das ordentlich schaffende Kapital gegen das Wüten des Raffenden der Amis und der Wall-Street-Juden verteidigt. Sie haben sich in den folgenden Jahren enger und enger der nationalsozialistischen Strömung der deutschen Politik angeschlossen. Die meisten der PDS, jetzt Linkspartei mit ihrem Führer Lafontaine, einige auch den staatstragenden Grünen, der Partei der mosernden Mitläufer. Die andere Fraktion zog aus der richtigen Beobachtung, wie nah an ordinärstem Anti-Amerikanismus und Antisemitismus diese Anti-Imperialisten waren, den Schluss, dass der Kapitalismus und seine Führungsmacht, weil er das Erbe der Aufklärung und der bürgerlichen Revolution hochhalte, gegen einen ressentimentgeladenen Mob auf Teufel komm raus zu verteidigen seien. Und, denn Deutsch sein heißt, einen Einfall bis zu seiner äußersten Konsequenz zu treiben, deshalb jenes Deutschland, das jedenfalls vorerst die Rolle des Juniorpartners der USA bei der Führung der Welt, die Bush Senior den Deutschen angeboten hatte, spielen wollte, als einen historischen Fortschritt zu feiern, dem ein rechter Linker, ein ordentlicher Anti-Deutscher sich anzuschließen habe. Die absurdeste Form nahm das in der von einem dieser Berliner Antideutschen sogenannten Springerfrage an, die er so beantwortet sehen wollte, dass ein Schüler Adornos heute die rassistisch-faschistisch-sexistische Bild-Zeitung Blättern vorzuziehen habe, die Kritik am Sozialabbau der Bundesregierung übten. Sozialismus sei das wichtigste Kennzeichen des Nationalsozialismus, weshalb einer, der gegen Hartz IV protestiert, mindestens ein halber Nazi sei, gegen den der Bundesverband der deutschen Industrie in Schutz genommen werden müsse. Während die Gebildeten unter den Anti-Ims mit Georg Fülbert sagten, Zitat, man kann mühelos über den gegenwärtigen Weltkonflikt reden, ohne Deutschland besonders erwähnen zu müssen, sagten die anderen, wer vom Antisemitismus nicht reden will, soll vom Sozialismus schweigen. So wurde Max Horkheimer der am meisten verballhornte Denker des 20. Jahrhunderts. Es ist nicht so, dass die Wahrheit in der Mitte liegt und ich sozusagen ihr Weltkind bin. Aber sie entsteht als dialektischer Sprung aus dieser These und jener Antithese. Deutschland, das nie wieder sein sollte, wurde sehr schnell engster Partner der USA und ihr hinterhältigster Gegner zugleich. Zu erleben war das bereits im Zweiten Golfkrieg vor 17 Jahren. Da habe ich mich mit der Behauptung beliebt gemacht, die deutsche Politik führe einen kalten Krieg gegen die USA. In einem Streitgespräch unter anderem mit Thomas Ebermann habe ich gemeint, ich zitiere, wenn Deutschland Kriegspartei war, so jedenfalls nicht auf der US-amerikanischen Seite. Darüber wurde viel gespottet. Es war damals nicht verständlich zu machen, dass erstens die Antipoden dieses neuen Kalten Kriegs zugleich Partner seien und als solche im Kampf gegen Dritte zur selben Zeit und am selben Ort gemeinsame und gegensätzliche Interessen verfolgen können. Und dass zweitens dieser Kalte Krieg, anders als sein Vorgänger, Posaunentöne nach Art von Radio Free Europe nicht erlaubt. Anders gesagt, dass in diesem neuen Kalten Krieg die Kriegserklärung auch als Solidaritätsadresse daherkommen kann. Zehn Jahre später, 2001, Sie erinnern sich an Kanzler Schröders Erklärung nach dem 11. September, Deutschland sei den USA in uneingeschränkter Solidarität verbunden? 1992, also nach den Erlebnissen der USA mit ihren europäischen Partnern im Golfkrieg, wurde unter dem Präsidenten George Bush Senior und seinem Verteidigungsminister Dick Cheney im Pentagon der No-Rivals-Plan entwickelt, in dem es heißt, Zitat, Unser Ziel ist es, den Aufstieg eines globalen Rivalen zu verhindern. Wir müssen unsere Strategie jetzt darauf konzentrieren, dem Aufstieg jedes möglichen Konkurrenten zuvor zu kommen. Bushs damaliges Angebot an die Deutschen, Partner in Leadership zu werden, war einer dieser Versuche. Er konnte nicht verhindern, dass im Laufe der 90er Jahre in Deutschland und Europa der Anti-Amerikanismus, der Krude des Mobs wie der perfide des Leitartikels wuchs und gedieh. Im Mai 2001 schrieb, als ein Blatt für viele, Springers Hamburger Abendblatt, Zitat, Die neue, harte Außenpolitik der USA beruht nicht auf gegenseitigem Respekt und Verständnis zwischen den Ländern, sondern einzig und allein auf der Stärke der letzten Supermacht, die am liebsten den Rest der Welt zu Bittstellern degradieren würde. Soviel auch zur Springerfrage. Ein Gedanke, den auch das neue Deutschland täglich denkt. Die Macht der Supermacht beruhte schon damals, und wer konkret las, erfuhr es, ausschließlich auf dem Dollar als der Leitwährung des Weltmarkts und dem Militär. Was ich im Frühjahr 2001 schrieb und was damals auch bei einigen meiner Freunde unter die Rubrik Er spinnt mal wieder viel, ist sieben Jahre später Talkshow reif. Zitat, Aus den europäischen Verbündeten des Ersten Kalten Krieges sind die Gegner des Zweiten geworden, mit einem einheitlichen, den USA schon heute in Quantität, mehr noch in Qualität überlegenen Wirtschaftsraum, einer eigenen, gegen den Dollar operierenden Leitwährung, mit einem effektiveren Gesellschaftssystem. Das erste Interesse deutscher Politik ist es, die gewachsene Verantwortung Deutschlands weiter wachsen zu lassen. Das heißt, seine Macht in der Welt zu mehren. Das verlangt, an allen Fronten dabei zu sein, wo Weltpolitik gemacht wird, auch mit Soldaten. Das zweite Interesse ist es, den gemeinsamen Krieg gegen Dritte zum Geländegewinn im Konkurrenzkampf mit den USA zu nutzen. Das verlangt, den Einsatz gering zu halten und den Eindruck, man tue sich schwer und handle nur unter Pression, so eindrucksvoll wie möglich zu demonstrieren, damit der Hass, den die Bomben in den USA auf sich ziehen, nicht auch Deutschland trifft. Die Amerikaner sollen glauben, die Deutschen hätten sich freiwillig gemeldet. Die Feinde der USA sollen glauben, die Deutschen seien von den Armees gezwungen worden. Die Parole deutscher Solidarität mit den USA lautet so uneingeschränkt wie nötig, so eingeschränkt wie möglich. Von den Interessen des deutschen Kapitals verstehen sogar die Leitartikler der Bürgerpresse was. Und so wird der von der Frankfurter Allgemeinen schon recht gehabt haben, als er am Tag nach der Kriegserklärung des Bundestags im Falle Afghanistan die neue Wirklichkeit so beschrieb. Der Beschluss, in den Krieg um Afghanistan einzutreten, bedeute eine, Zitat, Entgrenzung des Raumes, in dem deutsche Militäreinsätze in Betracht kommen und eröffne der deutschen Politik eine neue Perspektive. Im Aufmacher des Spiegel hieß es am selben Tag, Deutschland meldet sich endgültig auf der Weltbühne zurück. Es sei, Zitat, in der Nachkriegsrealität angekommen, zögernd zunächst, aber dann fast ungeduldig, wenn schon, dann zügig. Auf der Weltbühne zurück und Entgrenzung des Raums, der Zwang, sprachlich dort anzuknüpfen, wo das Volk ohne Raum zuletzt hat aufhören müssen, ist übermächtig. Das Ziel ist alt, der Weg neu. Zweimal im 20. Jahrhundert hat der Kriegseintritt der USA den Griff Deutschlands zur Weltmacht vereitelt. Das soll nicht noch einmal passieren. Erste Aufgabe der Berliner Politik ist es deshalb, den goldenen Schnitt zu finden zwischen den deutschen Interessen und den deutschen Möglichkeiten. Das heißt, nicht als Erste sich an die Front melden, sondern sich von Dritten und Vierten bitten lassen. Es bringt nichts, sagte Außenminister Steinmeiers Vorgänger Fischer über den 11. September und die Deutschen, nur die Muskeln spielen zu lassen. Je mehr wir international eingebunden sind, desto mehr können wir erreichen. Und für mich ist es wichtig, was man bewegt. Wenn ich in der letzten Reihe am meisten bewege, setze ich mich in die letzte Reihe. Wir Deutsche sollten immer mehr sein als scheinen. Die Jahre seit der Wende 1989-90 haben die Vision oder den Albtraum, dass das Kapital kein Vaterland kenne und deshalb die kapitalistische Supranationale, die Nationalstaaten und ihren Chauvinismus überwinden werde, gründlich blamiert. Was wir seither erleben, ist der Siegeszug des Standortkapitalismus, der auf seinen Staat baut. Die USA und Euro-Deutschland können nicht wählen, ob sie miteinander konkurrieren wollen oder nicht. Sie sind Dienstleister ihres jeweiligen Kapitals und der ungehinderte Zugang des einen, etwa zu den Rohstoffen, bedeutet eine Behinderung des anderen. Beide Blöcke haben Pläne, wie die Welt zu ihrem Vorteil gestaltet und aufgeteilt werden müsste. Und so wird kein Konflikt auf keiner Südseeinsel mehr ohne Bezug auf die jeweils für die Region formulierten Interessen auch Deutschlands zu verstehen sein. Georg Fülberts Satz, man kann mühelos über den gegenwärtigen Weltkonflikt reden, ohne Deutschland besonders erwähnen zu müssen, so meiner kurzen Rede noch kürzerer Sinn, war falsch. Er wird ihn nach der Abrechnung des deutschen Finanzministers Steinbrück mit dem US-Finanzkapital in der letzten Woche vielleicht selber nicht wiederholen wollen. Soweit erst mal ich. Ja, danke schön für das erste Referat. Also Fragen generell bitte erst, nachdem alle Referate durch sind irgendwie. Spart euch das bitte auf. Ja, dann wäre jetzt Christiane von der TUP dran. Ja, schönen guten Abend. Erst mal vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir haben uns, ich kann da vielleicht anschließen, konzentriert auf die Bestimmung, was ist eigentlich das Allgemeine, also die Nation in den gegenwärtigen Veränderungen und versucht, das ein wenig zu bestimmen, weil wir nicht glauben, dass die Linke gerade in Einigkeit sich darüber wiegt, wie sich die Nation verändert hat und was sich in Deutschland verändert hat und ich nehme an, darüber werden wir dann auch nachher streiten. Fehlte den antinationalen Linken bis in die, Moment, irgendwie sehe ich hier mein Blatt nicht. Super. Bis in die 90er Jahre hinein, also vor allen Dingen spricht er von der Bewegungslinken, der Blick auf die Besonderheit der deutschen Entwicklung und der daraus resultierenden doppelt falschen Bestimmung, was Faschismus und was Kapitalismus sei, scheinen die Antideutschen von heute ihren Blick nur mehr starr auf den deutschen Sonderweg zu heften und ihn nicht länger mit dem gegenwärtigen kapitalistischen Gesamtzusammenhang zusammen denken zu wollen. Deutschland ist nicht die Welt, weil es den Weltmarkt gibt. Für die Kritik hat das die Konsequenz, dass gesellschaftliche Konflikte stets im Zusammenhang des Weltmarktes rekonstruiert werden sollten. Deutschland wird unterm antideutschen Medusenblick genau zu dem souverän verzaubert, der es unter der ökonomischen Abhängigkeit des Weltmarktes und dem neuen Staatenverbund Europa nicht ist. Er produziert also genau die Ideologie, die er vernünftigerweise stillstellen will, bloß versieht er sie mit negativen Vorzeichen. Was unbegriffen bleibt, ist die widersprüchliche Verlaufsform der kapitalistischen Vergesellschaftung und ihre sich daran zu entwickelnde Kritik. Wer seine Kritik allein auf Deutschland fokussiert, ohne diese Kritik in den Gesamtzusammenhang der kapitalistischen Vergesellschaftung zu stellen, läuft Gefahr, sich zum Anwalt eines besseren, moderneren Deutschlands zu machen. Das passiert derzeit real und in Farbe in den Kultur- und Bildungsinstitutionen dieses Landes. Wir werden im zweiten Teil darauf eingehen, dieses Referates, wie sich diese staatliche Repräsentation und Praxis von unabhängigen Kulturschaffenden verändert hat. Dass Deutschland in einer strengen Kontinuität mit dem völkischen Nationalismus, des Nationalsozialismus steht oder von dessen Wesenzere, wie es in einigen linken Blättern und Schriften noch immer behauptet wird, scheint uns nostalgisch und verfehlt die zeitgenössische Bestimmung von Herrschaft und die veränderte Form ihrer Subjekte. Der erste Punkt ist deshalb Europa, Nationalstaat und Deutschland im Zusammenhang mit Europa, ökonomische und ideologische Grenzen und Synthesen. Zunächst die Imago Europa. Für uns ist die Kritik der Nation immer Kritik am Vergesellschaftungszusammenhang von bürgerlichem Staat und kapitalistischem Weltmarkt. Mit der Integration der europäischen Nationalökonomien ist ein mächtiger Global Player entstanden. Europa erfüllt mindestens eine doppelte Funktion. Diese doppelte Funktion entspricht einem gespaltenen Bewusstsein. Einerseits ist Europa die Projektionsfläche eines befriedeten Kapitalismus und einer abendländischen Kultur gegen den Liberalismus und den Turbokapitalismus der USA. Für das kulturelle Profil Europas werfen sich vor allem Intellektuelle von Habermas und Derrida bis zum Radikalinski-Ciçek in die Bresche. Sie alle wittern in Europa die Chance zur Überwindung des Nationalismus und die Blüte einer neuen, vom harten Kapitalismus ungeschmälerten Kultur. Die Syntheseleistungen und Zukunftsutopien, die sich einst auf den Nationalstaat richteten, werden hier auf Europa übertragen. Europa erscheint als Bollwerk gegen die Zumutung der Konkurrenz und die ständig latenten Krisen in den einzelnen Staaten, auch in Deutschland. Sein repräsentiertes kulturelles Bewusstsein ist ein sendungsbewusstes, das sich aus der rückwirkend projizierten, gemeinsamen und bruchlosen Vergangenheit der Europäer speisen soll. Ein Europa, in dem man von seinen Ahnen das Erbe übernommen habe, Zitat, die Bürde der Freiheit, Selbstverwirklichung und Gleichberechtigung zu tragen, so Pascal Bruckner. Universalismus wird hier als politischer Prozess negiert und zur Eigenschaft der Europäer ihr Privileg. Parallel zu diesem imaginativen, zukunftsweisenden Eutropen hieß es in den 1990er Jahren aus den Fernsprechanlagen der politischen Wissenschaft, der Nationalstaat verliere mit Globalisierung und multinationalen Unternehmen seine Steuerungsfähigkeit. Das ist halb wahr und damit ganz falsch. Die Partizipation am Weltmarkt ist im entwickelten Kapitalismus objektiver Staatszweck. Nationale Souveränität ist als formelle Bestimmung nichts wert. Wirkliche Souveränität eines Staates ergibt sich aus der Akkumulationsfähigkeit des nationalen Wirtschaftsraums einschließlich Weltmarkterfolg. Die Europäische Union ist eine Zugewinngemeinschaft konkurrierender Nationen. Währungs-, Handels- und Wettbewerbspolitisch ist Europa eine Einheit. Mit der gemeinsamen Währung steht die europäische Ökonomie als Ganze im internationalen Wettbewerbsvergleich. Trotzdem wollen sich die Nationen nicht zu Recht ihrer selbst entledigen und das war auch nie das Projekt. Europa ist nicht nur eine gemeinsame Schicksalsgemeinschaft auf dem Weltmarkt, sondern setzt nach innen das Prinzip des Wettbewerbs durch, dessen Träger weiterhin die Nationen sind. Sie verschwinden nicht, sondern sind Personen im Wettbewerb Standortfaktoren in Europa. Ihre Konkurrenz gegeneinander soll ein gesundes und starkes ineuropäisches Niveau produzieren, in das durchaus regulierend eingegriffen werden kann, das aber im Wesentlichen der ideologischen Vorstellung eines fairen Wettbewerbs folgt. Die Funktion des nationalen Staates in Europa ist es, diesen Wettbewerb nach den Direktiven des Vertrages von Lissabon durchzusetzen. Die Identifikation mit nationalen Kollektiven ist konstitutiv für den gelingenden Wettbewerb und ihm dienstbar zu machen und zu modernisieren. Aktuelles Zeugnis der Reibereien zwischen EU- und nationalen Richtlinien um diese Durchsetzung ist die wiederholte Klage der EU-Kommission gegen das VW-Gesetz in Deutschland, dass ein Verstoß gegen den freien Kapitalverkehr in der Europäischen Union sei. Die Identifikation mit Deutschland verspricht eine erfolgreiche Standortpolitik. Zitat Angela Merkel in Wolfsburg vor der Betriebsversammlung Die Bundesregierung steht zu VW. VW ist ein tolles Stück Deutschland und international anerkannt und das soll auch so bleiben, meine Damen und Herren. Neben der erfolgreichen Standortpolitik verspricht die Nation ihren Mitgliedern innenpolitisch eine selbstbestimmte Politik gegen das blinde Marktgesetz. Es wird nicht die Nation abgeschafft in Europa, um die Globalisierung zu gestalten, sondern die Nation bleibt als Hebel bestehen, um die Globalisierung zu lenken und in Europa wettbewerbsfähig zu bleiben. Das deutsche Projekt für Europa besteht derzeit politisch in der Werbung für die soziale Marktwirtschaft. Zitat Angela Merkel Wir sind auch alle gemeinsam davon überzeugt, dass die Grundlage unseres Wirtschaftens die soziale Marktwirtschaft ist. Soziale Marktwirtschaft heißt, dass es Spielregeln gibt, dass es Möglichkeiten gibt, Globalisierung zu gestalten. Wenn ich die Aufgabe Europas benennen sollte, würde ich sagen, unser europäisches soziales Wirtschaftsmodell in der Welt mehrheitsfähig zu machen. Gleichzeitig nimmt die liberalistische Vorstellung von der sozialen Marktwirtschaft hier die ideologische Funktion einer Appeasement-Politik gegenüber den Arbeitnehmerinnen ein. Soziale Marktwirtschaft bedeutet aber nicht Wohlfahrtsstaat, auch wenn das heute so klingen mag, sondern schon unter Erhard das Vertrauen auf den sozialen Charakter der Marktwirtschaft selbst, das heißt für den Einzelnen, dass soziale Zuwendungen legitimiert werden durch seine Leistung für den Standort Deutschland im internationalen Wettbewerbsverbund Europa. Politik in der sozialen Marktwirtschaft versteht sich als Ordnungsfaktor, den Wettbewerb über die Einheit Nation in Stand zu setzen, nicht als Armenfürsorge. Merkel modelt VW zum Staatsmodell. Zitat, wenn wir nächstes Jahr 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland miteinander feiern, dann wird die Geschichte von Volkswagen eine exemplarische Geschichte des Willens zum Wiederaufbau sein, der durch mutige Unternehmerentscheidung genauso geprägt ist wie durch mutiges Handeln von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Globalisierung erscheint hier als leidige Notwendigkeit, Großindustrie und Liberalismus verantwortungslos, die Nation hingegen als Ort der Freiheit oder wie es bei Merkel heißt, der Gestaltung. Die Geschichte Deutschlands und damit des Nationalsozialismus wird weder verteidigt noch bemüht verschwiegen. Sie wird seit den Aufarbeitungsbemühungen unter Rot-Grün unter die Bilanzierung einer wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte gestellt, in der der Nationalsozialismus vor allem eine gescheiterte wirtschaftliche Krisenbewältigung gewesen sei. Die soll sich nicht wiederholen und damit sie sich nicht wiederhole, richtet man in Deutschland die SM, die soziale Marktwirtschaft, ein. Insofern hatte die Bahamas in ihren frühen Schriften recht, als Nachtmann schrieb, dass das deutsche Modell sozialer Marktwirtschaft die nationalsozialistische Krisenregulation aufgehoben hat. Und zwar in dem Sinne, dass der postfaschistische Staat institutionell darauf ausgerichtet ist, den sozialen Frieden und das Gemeinwohl zu garantieren, zum Beispiel durch institutionalisierten Klassenprozess, der Tarifpartnerschaft, durch wehrhafte Demokratie und freiheitlich-demokratische Grundordnung als Ausnahmezustand in Permanenz. Es ist richtig, das postfaschistische Deutschland verkörpert ein korporatistisches Staatsmodell. Aber die These darin lebe, die nationalsozialistische Krisenregulation in besonderer und deutscher Weise fort, ist nicht haltbar. Es ist die Lehre aus ihr und nicht nur für Deutschland. Das Projekt Deutschland ist weder völkisch motiviert, noch ist das korporatistische Staatsmodell zukünftig auf Deutschland beschränkt. Es soll für Europa stilbildend werden. Aber all das, so Merkel, können wir nur schaffen, wenn wir motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, motivierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sich diesem Projekt Deutschland genauso verpflichtet fühlen, wie jene, die die politischen Entscheidungen zu fällen haben. Angela Merkel fährt mit dem Gefühl nach Hause, sagt sie, dass die vielen Beschäftigten an anderen Standorten wollen, dass es unserem Land gut geht. Der Staat stellt sich weiterhin als Appellationsinstanz und Organisator im Projekt Deutschland ein ebenfalls nach liberal-wirtschaftlicher Zeitgenossenschaft aufgeputztes Wort dar. Die Gefahr bleibt stets, dass der Nationalist dir dieses Versprechen vorrechnen wird, wenn der Weltmarkt es zerschlägt und es in Blut und Boden erden will. Meine Damen und Herren, was bleibt, wenn der nationale Staat wesentlich Standortfaktor wird, wo es die Debatte um eine spezifisch deutsche Leitkultur, Angela Merkel gibt uns einen Hinweis auf einen anderen Grund des Stolzes und der Einheit jenseits kapitalistischer Konkurrenz und völkischem Blut und Boden. Zitat. Die Baden-Württemberger können alles außer Hochdeutsch, also bezieht sich auf Porsche. Sie hier können auch alles und noch Hochdeutsch dazu. Deshalb bin ich besonders gern heute hier in Wolfsburg. Der zweite Teil, Kulturalisierung der Nation. Die Sprache. Die Liberalisierungs- und Standortpolitik wird derzeit begleitet von unzähligen nationalen Kulturrams-Ausstellungen. Es gibt Sprache Deutsch im Deutschen Historischen Museum Ende dieses Jahres. Man spricht Deutsch in Bonn Anfang nächsten Jahres. Deutsche Grammatik in Kassel inszeniert von einem Künstler namens Büchel. Es gibt Flaggezeigen, die Deutschen und ihre nationalen Symbole in Bonn Anfang nächsten Jahres im Haus der Geschichte. Es gibt in Karlsruhe vertrautes Terrain eine Schau kritischer Kulturschaffenden zum Zielort Deutschland. Und es gibt in Berlin German Angst. Und schließlich gab es in Hannover Made in Germany. Kulturnation bedeutet nicht nur, die Modernisierung durch Kultur nach außen zu repräsentieren, sondern Kultur bedeutet nach innen, den neuen Kit einer nationalen Einigung zu finden, die dieser Modernisierung entspricht. Sprache dient hier als etwas vorpolitisches, allgemeines, antimaterielles, nicht gebunden an die Abstammung. Sprache kann erlernt werden. Sie erscheint zeitlos. Das kulturelle verkehrt sich hier ins Natürliche, wo die materiell begründeten Ausschließungen verdeckt werden und Kultur als natürliche und besondere Anlage oder Substanz einer Gemeinschaft erscheint. Kultur haben oder nicht haben, das war seither die Frage kolonialer und auch spezifisch deutscher Ausschließungsbegründung. Sprache als Pas pro Toto der Kultur stiftet Gemeinschaft ohne materiellen Anspruch, Gemeinsamkeit ohne politischen Prozess. Die Bedingungen der Kulturproduktion in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft werden hier ebenso verdeckt wie ihre hierarchische Organisation. Kulturnationen binden sich zudem nicht an ein bestimmtes Territorium oder an eine Verfassung. Ihre Expansion und Hierarchisierung ist stets durch ausgesprochenes Sendungsbewusstsein charakterisiert. Zweitens der Affekt oder die neue Naivität ist schwarz-rot-gold. Deutschland als ideologisches Bindeglied in Europa und gegen Europa. Man erinnert sich an die WM, an das allumfassende und politisch gegenstandslose Fühlen und Jubeln mit der Nation. Dagegen oder dafür sein ist keine Entscheidung des aufgeklärten politischen Bürgers. Nation ist wesentlich Affekt. Es erscheint unmittelbar natürlich für die Deutschen zu sein und seine Aggression erscheint sportlich abgefedert. Der Sport ist nicht umsonst das Spiegelbild der Konkurrenzwirtschaft im Freizeitbereich, nur ohne dessen materielle Drohung, jedenfalls für den Zuschauer. Das natürliche Dabeisein des Bürgers im Gefühl verkitscht die Zugehörigkeit zur Nation als Teamwahl und durch das Gefühl gleichermaßen zum unmittelbar Gewissen, zum unbestreitbar Subjektiven. Der Angriff auf die Nation erscheint mehr und mehr als Attacke gegen das Subjekt. Dieses entzieht sich der politischen Diskursivität und auf die Authentizität des Gefühls zurück. Nation wird ideologisch, also subjektiviert und naturalisiert. Es ist die moderne Form des Nationalismus in der liberalisierten Kapitalgesellschaft, nicht dessen Auflösung. Nationales Getaumel stellt sich nicht als Projekt einer politischen Nation dar, sondern im privaten Divertissement. Also das ist kein Unterschied ums Ganze, sondern eine Entwicklung, eine Differenz zur Geschichte der Nation. In der von der Reproduktion befreiten privaten Freizeit erlebt der Bürger von heute seine Initiationsstunde und das Erlebnis der Einheit mit der Nation. Der Zwang mitzumachen wächst, Pfann ist ein Stahlbad, das gilt für die Nation, die sich hedonistisch geriert, erst recht. Wäre dieser Nationalismus tatsächlich nur im Sport zu finden, war Bene, was geht es mich an? Nach seinem Muster sind aber auch politische Kampagnen der Wirtschaft wie Du bist Deutschland gestrickt, die politisch und sozial nichts mehr versprechen, sondern Deutschland in modern sachlicher Werbeästhetik als Bilderwelt Ersatzfamilie anpreisen. Ein gegenstandsloser Sozialverbund gegen und dauernder Motivationsappell für den Liberalisierungsagenten Europa. Die zeitgenössischen Bilder Deutschlands sind Imagekampagnen, ihre Bilder sind Widerspiegelung falscher Tatsachen und Leitmotivik. Kultur in diesem Sinne ist die symbolische und ideologische Repräsentation einer von ihrer Materialität befreiten Gesellschaft. Bebilderung der Einheit, die keinen diskursiven Widerspruch duldet, sie flieht, in die Naivität und Unschuld der Bilder. Die Reaktionen auf sie sind affektbasiert, aber nicht völkisch. Die materielle Unbestimmtheit der Bildbotschaften für den Einzelnen sind Teil des Problems, nicht seine Lösung. Der Ruf nach der Nation wird wachgehalten. Ich komme zum vorletzten Punkt. Kein kritischer Nationalismus nie. Die Gestalt der Subjektivierung der Nation findet sich auch in den Museen deutscher Kritikerkunst. In Ausstellungen wie Vertrautes Terror in Karlsruhe oder German Angst in Berlin wird die Nation in der Kunst breitwillig repräsentiert und von einem objektiven Gewaltmonopol zu einem subjektiven Gefühl, einer massenhaften Ballung scheinbar autonomer Ausdrucksvermögen. In solchen Ausstellungen wird der Unterschied zwischen Individuum und Gemeinschaft programmatisch verwischt beziehungsweise an seiner kulturellen Auslöschung gearbeitet und ergo eine nationale Gemeinschaft gebildet. Besonders auffällig ist eben, dass diese Ausstellung Vertrautes Terror so alle Linkskulturschaffenden vereint, also über Goldene Zitronen, FSK bis wie heißen die Tödliche Doris oder so. Diese nationale Gemeinschaft wird nicht von Opfermythen erzwungen, sondern durch Bilder kritischer oder unkritischer Selbstverwirklichung auf dem Terrain der Kunst ausgespielt. In der Ankündigung zur Ausstellung in Karlsruhe heißt es, es geht um die Konfrontation mit Stereotypen genauso wie um ein Entdecken eines eigenen persönlichen Deutschlandbildes. Nicht etwa das persönliche Deutschlandbild entdeckt die objektive Gewalt des Stereotyps. Die Kunst ist unter dem avantgardistischen Slogan der Novität beauftragt, uns, jedem von uns persönlich, ein individuelles Deutschlanderlebnis zu bescheren. Letzter Punkt. Diese nationalen Bebilderungen exportiert der Aufarbeitungsweltmeister Deutschland vor allem in die osteuropäischen Länder. Die Kulturalisierung der Nationen als Repräsentation deutscher Selbstkritik und Reflektiertheit ist damit auch ein Global Player in Europa geworden. Deutsche Exportschlager als Direktiven für musealisierte Geschichtspolitik. Die rumänische politische Klasse sieht die Aufarbeitung des Holocaust heute als Teil der Integration nach Westeuropa. Bemüht wird sich darum, die Holocaust-Forschung im In- und Ausland sichtbar zu machen. Statt Sicht der musealisierten Aufarbeitung hinzugeben, sollten Kulturproduzierende und Linksradikale sich der materiellen Ausschließungsmechanismen in Deutschland und der von deutscher Seite instrumentalisierten Fortschritte der osteuropäischen Erinnerungsarbeit widmen. Staatsoffizielles deutsches Programm ist die Verwischung der historischen Faktizität und der Täternation Deutschland. Die Enquete-Kommission Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der Deutschen Einheit formuliert etwa den Zitat Vergleich zwischen stalinistischen Gulag-System und nationalsozialistischen Konzentrationslagersystem als Teil einer gesamteuropäischen Lagererfahrung des 20. Jahrhunderts. Zitat Ende. In großen Repräsentationsausstellungen wie Arena der Erinnerung Mythen der Nation nach 1945 aus dem Jahre 2005 im Deutschen Historischen Museum werden diese Fortschritte stets aus der Interessenssicht Deutschland beurteilt und die osteuropäischen Länder gelobt für ihre Vergangenheitsbewältigung. Die Zeit notiert, dass osteuropäische Länder auf einmal Zitat eine Konkurrenz der Opfergruppen zulassen müssten. Zitat Ende. Das deutsche Interesse äußert sich dabei jedoch nicht mehr als Nationales, sondern sieht sich als Sprecher eines postnationalen europäischen Erinnerungsortes. Diese falsche Universalisierung, in der sich das partikulare Interesse Deutschlands ausspricht und verleugnet, gilt es weiterhin anzugreifen. In diesem Sinne schlagt zusammen, was zusammen gehört. Nach dieser eher allgemeinen Herleitung einer Nationalismuskritik anhand einer Kritik der kapitalistischen Vergesellschaftung würden sich jetzt Gruppe 8. Mai und Sinistra wahrscheinlich etwas kontroverser dazu äußern, zur eventuell auch deutschen Besonderheit. Wir sind gespannt. In der Ankündigung für diese Veranstaltung gibt es den Hinweis, dass antideutsche Kritik immer wieder gebetsmühenartig Basisbanalitäten betonen musste, sodass, ließe sich ergänzen, vieles der richtigen und notwendigen Kritik heute oftmals nur ein müdes Lächeln hervorruft und bei Ihnen die Media der Unterhaltungsfaktor in den Kommentarspalten deutlich nachgelassen hat. Und dennoch oder auch gerade deshalb ist explizit antideutsche Kritik notwendig, dringendst. Zudem muss man sich allerdings heute oder das wäre eine These zumindest davon ausgehen, dass sich die Situation in den letzten 18 Jahren nach der Wiedervereinigung stark geändert hat und dass der Prozess der Bereinigung der deutschen Vergangenheit eins der Hauptmomente der Neuherstellung oder Rekonstitution der Nation in Deutschland weitestgehend abgeschlossen ist. Das sozusagen, das würde ich zumindest als These aufstellen, dass die nationalen Massenzeremonien während der WM sozusagen die Feier dessen waren. Damit und auch ein weiterer Punkt, ist mir gerade noch eingefallen, habe ich gestern zufällig im Videotext gelesen, dass ein Wirtschaftsforschungsinstitut den Nations Brand Index veröffentlicht hat, das ist eine Umfrage in Industriestaaten und dabei ist herausgekommen, dass bei, ich weiß jetzt nicht genau wie viele, ich habe es nicht mehr im Kopf, die führenden 20 oder 25 Industriestaaten, dass Deutschland die beliebteste Nation ist. Damit werden sich sozusagen auch die öffentlichen Debatten und Auseinandersetzungen wandeln und die Möglichkeiten kritischer Interventionen beziehungsweise einer Kritik werden davon auch betroffen sein. Dies auch nochmal, bei der WM konnte man es schon beobachten, dass in den Feuilletons und Kommentarspalten der Zeitung nicht mehr Nazis als ewig gestrige bezeichnet wurden, sondern Kritiker der Nation wie Benjamin Ortmeier. Deshalb jetzt ein paar ewig gestrige Worte dazu und dabei werden wir nochmal auf einer etwas anderen Ebene ansetzen, als eben gemacht wurde. Im Mittelpunkt der Kritik der Nation im Allgemeinen, das heißt nichts anderes, dass bei Nationen einige Konstitutionsmerkmale immer gegeben sind, muss mit Adorno gesprochen, die Zitat Identifikation mit dem irrationalen Zusammenhang von Natur und Gesellschaft stehen, in dem die Person zufällig sich befindet. Grundlage jener Identifikation ist die gesellschaftliche Konstruktion eines Territoriums, mit dem eine spezifische Nationalgeschichte verbunden wird, deren Teil wiederum der die Einzelne sein soll. Dies liegt wiederum in der spezifischen Vergesellschaftung des Kapitalismus begründet, was jetzt hier nicht ausgeführt werden kann, wobei sich dann Nationen im Endeffekt, wie ja gerade auch dargestellt, als politisch handlungsfähiges Subjekt im Weltmaßstab und in der Weltmarktkonkurrenz zu erweisen hat. Ein zentraler Gesichtspunkt ist jetzt hier denke ich wichtig, den ich auch jetzt ins Zentrum stellen will. Das Kapital selbst, die Identifikation mit dem irrationalen gesellschaftlichen Zusammenhang kann als Identifikation mit dem prozessierenden Wert und seiner Absicherung dem Staat gelten oder begriffen werden. Das Kapital selbst ist prozessierende Identifizierung des Nicht-Identischen, was am Warentausch leicht nachzuvollziehen ist. Damit waltet im Kern das Prinzip der Identifizierung, was sich durch die verschiedenen Ebenen und schließlich die konkreten Individuen hindurchzieht. Jene werden klassifiziert, kategorisiert und als Staatsbürgerin identifiziert. Dies führt zu etwas, was dringendst erledigt werden müsste, zu einer Kritik der Identität. Hierbei muss vielleicht auch noch darauf hingewiesen werden, dass das Wort Identität zumeist in der Verbindung mit dem Attribut National seinen Siegeszug in die Öffentlichkeit erst nach der sogenannten Wiedervereinigung richtig angetreten hat. Zuvor war es eher ein Geheimwort der Philosophie und der Psychologie und selbst ausgewachsene Politikwissenschaftler wie Clausen schrieb, konnten es nicht richtig buchstabieren und schrieben in einem Fachlexikon Mitte der 80er noch von der Identität wie auch Franz Josef Strauß. Aufgrund massenhafter Literatur zum Thema, die erschienen ist aus den verschiedensten Richtungen von Politikwissenschaftlern über die Identität der Berliner Republik schreiben über irgendwelche Schriftsteller die meinen ihren Senf dazuzugeben zu müssen passieren solche Fehler heute nicht mal mehr dem in schwarz-rot-gold gewickelten Kind aber was nationale Identität sein soll das werden sie wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen das zu definieren das Identitätsprinzip um dort anzusetzen philosophisch lautet A gleich A das ist nichts als eine leere Tautologie die auch nicht voller wird durch ich bin ich denn schon auf der Ebene des Einzelindividuums ist Identität ziemlicher Unsinn denn das Ich ist nur als totes star und mit sich identisch Lothar Bayer hat das mal Identität als Gleichheitszeichen ohne Zahlen und Symbole benannt Nun soll es auch eine Sich-Selbst-Gleichheit eines Kollektivs geben die sich im Individuum als nationale Identität niederschlägt das hat mehrere Implikationen erstens solchermaßen ist nationale Identität der Wunsch nach dem Unveränderlichen und Ursprünglichen dem was alle verbindet dem heimeligen und tümelnden b lässt sich nationale Identität nur negativ bestimmen wir sind nicht die oder wie Klaus Bittermann schreibt Abgrenzung ist die einzige konkrete begriffliche Bestimmung von Identität und c paart sich im Wunsch nach Identität jener danach einerseits Individuum zu sein aber mit der Angst vor dem gesellschaftlichen Alleinsein wie Klausen schrieb wobei hierin perfekt die Möglichkeit sich ergibt die Übermacht der Gesellschaft als Macht auf seiner Seite zu empfinden gerade nach 1989 als die Umstände dazu führten dass sich mit der deutschen Nation auseinander gesetzt wurde bot sich diese Begriffsformel der nationalen Identität an als dem alten dem Nationalsozialismus gegenüber Unverdächtigen da die nationale Legitimation noch nicht so ganz ohne weiteres aus dem NSR wuchs man aber irgendwie doch einen positiven Bezug auf die deutsche Nation wollte ohne gleich das Ausland zu verschrecken kam dieses Begriffs ungetüm gerade recht in den folgenden Jahren stand dann in erster Linie die Religitimation nationaler Identitäts Narrative wie Reinsmann schreibt auf der Tagesordnung was sich durch eine Vielzahl öffentlicher Debatten um das Verhältnis zum Nationalsozialismus und diesen selbst vollzog jene Religitimation bestand dabei vor allem in der neuerlichen Salon fähig machen in dem neuerlichen Salon fähig machen jeglichen erdenklichen antisemitischen Stereotyps die in all den Debatten als Argument dienen durften flankiert wurde dies von einer Linken die von ihrer antizionistischen Tradition nicht lassen wollte und weiterhin Israel als Hauptfeind der Menschheit verhandelte und sich damit mit dem Großteil der Deutschen einig wusste und weiß das kann man auch anhand aktueller Ereignisse sehen dass das immer noch so ist gestern in Frankfurt auf der Nachttanzdemo als auch heute hier wurden Leute körperlich attackiert weil sie eine Israel Fahne trugen dieser Vorgang der Neubestimmung der Vergangenheit inkludierte also den Einbau von Auschwitz in die Nationale Sinnstiftung darüber hinaus dadurch hat sich in den letzten Jahren das Wort der Normalität die Pole Position im nationalen Diskurs ergattert das heißt sozusagen mit diesen ganzen Sachen dass man jetzt doch endlich mal ein normales Verhältnis zu seinem Land einnehmen müsste das ist durchgängig Konsens geworden dass das mittlerweile passiert sei das heißt wenn man Nationen und insbesondere die deutsche Nation kritisieren will und abschaffen möchte muss man die heutige Konstellation wie ich versucht habe es kurz zu skizzieren in ihrer Gewordenheit begreifen und wie gesagt man findet auch nicht mehr den gleichen Raum vor in den es zu intervenieren galt wie noch Anfang der 90er Jahre das möchten wir jetzt ganz kurz noch mit einem Beispiel illustrieren die sogenannte nationale Identität ist also demzufolge keine einmal aufgrund historischer Gegebenheiten festgeschriebene Konstante sondern unterliegt einem andauernden Aushandlungs- und Vermittlungsprozess Wolfgang Porth schrub einst jetzt kommt ein längeres Zitat historische Tatsachen liegen lange zurück es liegt an uns ob wir uns erinnern und sie macht über die Gegenwart gewinnen lassen wollen wenn heute die Leute gläubig werden sind Christus und Mohammed jedenfalls nicht daran schuld die Freiheit im Umgang mit historischen Unannehmlichkeiten und Niederlagen sie zu ignorieren besitzt man im Umgang mit den Unannehmlichkeiten und Niederlagen des täglichen Lebens nicht die fixe Idee als Volk zu kurz gekommen zu sein kann sich auf die Lebensverfahrung unzähliger kleiner Niederlagen stützen in der Wahnvorstellung vereinigen sich die im gehässigen Kleinkrieg gegeneinander allesamt Unterlegenen nun zum nationalen Kollektiv jeder tritt jeden gemeinsam treten sie zurück der deutsche Nationalismus zehrt nicht von der Erinnerung ans herausspringende historische Datum sondern ernährt sich vom Alltags Erlebnis von der Lebenserfahrung er regeneriert sich in jedem Familienkrach in jedem Zank zwischen Nachbarn er profitiert von zahllosen kleinen Bürointrigen wie von der einen großen Arbeitslosigkeit das unspezifische ahistorische ist gerade seine Besonderheit und sie erklärt wieso er unter wechselnden Bedingungen immer derselbe bleiben konnte und dabei so zeitlos wie modern von gleichbleibender Antiquiertheit und Aktualität in einem Zitat Ende als gleichbleibende Antiquiertheit als Kontinuität des deutschen Nationalismus wäre etwa die permanente Selbstviktimisierung das dauernde Gefühl belogen und betrogen zu werden wie auch das parallel laufende Streben möglichst viele andere übers Ohr zu hauen ergo der Wunsch nach globaler Dominanz nach Weltherrschaft zu nennen diese Charakteristika vereinen Hans Hubert Berti Vogts und Kaiser Franz Beckenbauer mit Kaiser Wilhelm und Adolf Hitler So wie man zwar seit 1933 ein tausendjähriges Reich errichten wollte zu diesem Zwecke am 1. September 1939 jedoch nur zurückschoss und 1945 von nichts gewusst hatte bzw. von Hitler getäuscht worden war so sah Beckenbauer Deutschland durch den Ostzuwachs von 1990 im Fußball auf Jahre hinaus unschlagbar konnte Vogts das Viertelfinal aus bei der MännerwM 1998 nur durch eine Anordnung gegen den deutschen Fußball erklären und froh lockte Oliver Bierhoff 2006 anlässlich der WM der Männer Die Welt hat wieder Angst vor uns In diesem Geist hat sich wieder ein seltsam blasser entleerter Stolz auf Deutschland etabliert der keine positive Orientierung kein gemeinsames nationales Projekt wie etwa die französische oder amerikanische Revolution als Bezugspunkt vorweisen kann In einer Umfrage aus dem Jahr 2008 heißt es Nach einer Montag in Berlin veröffentlichten Forsa Umfrage bekannten 34% der 14- bis 18-Jährigen sehr stolz auf Deutschland zu sein 52% sagten sie seien etwas stolz deutsch zu sein also insgesamt 86% was 2006 noch 61% waren nur 9% waren weniger und 3% überhaupt nicht stolz nach den Gründen für ihren stolz gefragt fielen den Jugendlichen allerdings die Antworten schwer 21% sagten sogar sie wüssten es nicht 14% führten an Deutschland sei ein tolles Land 13% waren von seiner wirtschaftlichen Stärke beeindruckt nur jeweils 6% führten ihr stolz sein auf eine gute Politik und darauf zurück in einem Rechtsstaat mit guten Bürgerrechten zu leben in dieses Vakuum diesen Mangel an historischer Erfahrung stoßen die professionellen Gedenkdiskursanten Josef Fischer etwa stellt die gegenwärtige Nation in folgenden historischen Kontext alle Demokratien haben eine Basis einen Boden für Frankreich ist das 1789 die Erinnerung an Auschwitz das nie mehr Auschwitz kann in meinen Augen das einzige Fundament der neuen Berliner Republik sein damit kommen wir nun zu dem von Poort neben der Zeitlosigkeit angesprochenen zweiten Pols deutschen Nationalismus seiner Modernität und Aktualität für die Ideologie Produktion welche die vereinzelten Einzelnen zur Nation synthetisiert ist es essentiell historische Prozesse auf ihre Verwertbarkeit zu befragen und für den politischen Diskurs kommensurabel zu machen um das gegenwärtige Volk als Resultat dieser geschichtlichen Entwicklung darzustellen ein Beispiel für diese Identifizierung und Inwertsetzung von Geschichte die Angriffe auf jüdische Geschäfte und Synagogen sowie die Deportationen von Jüdinnen zogen sich im November 1938 über einige Tage hin Der Hauptteil der Pogrome fand am 10. November statt Dennoch konnte sich der 9. November als Gedenktag etablieren da er es ermöglichte eine Linie zwischen 1918 also Revolution gegen die Monarchie 1923 Hitlers Marsch auf die Feldherrenhalle und 1938 sowie später 1989 den Mauerfall zu ziehen In den ersten Jahren und Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg waren es vorwiegend lokal agierende Initiativen antifaschistischer Widerstandskämpfer und jüdischen Gemeinden die sich des Gedenkens an die Pogrome annahmen oft am 10. November noch noch 1968 wurde in den Zeitungen und Zeitschriften vorwiegend der Jahrestag der Revolution von 1918 rezipiert die 68er demonstrierten derweil am 9. November gegen den Vietnamkrieg erst ab 1978 und vor allem 1988 kam es nach Jahren der Gedenkvergessenheit zu einer regelrechten Gedenkversessenheit mit Reden im Bundestag TV-Übertragungen einer Vielzahl von Zeremonien und entsprechender medialer Aufmerksamkeit Der 40. und 50. Jahrestag der Novemberpogrome symbolisieren so einerseits eine Entwicklung hin zur Verstaatlichung des Gedenkens weg aus der einstigen halb privaten Nähe der Opfervereinigungen hin zu medialen Großauftritten unter Beteiligung der Politelite andererseits die Etablierung einer Zivilgesellschaft aus Geschichtswerkstätten Initiativen und Vereinen welche die Authentizität des Gedenkens bezeugen Während jedoch in Israel landesweit ausgestrahltes Sirenengeheul am Shoah Gedenktag einen zweiminütigen Stillstand des ganzen Landes erzwingt spielt sich das Gedenken in Deutschland weiter in Nischenräumen ab Es blieb und bleibt auf wenige Bevölkerungsschichten quasi die zivilgesellschaftliche Hülle um den volksgemeinschaftlichen Kern beschränkt Erna und Otto Normalbürgerinnen trinken am 9. November ihr Bier wie sie es eben an 364 anderen Tagen im Jahr auch trinken Mit dem 9. November wurde ein Datum etabliert an dem Politiker Philosophen und Pfaffen die angebliche Zitat Ernst Nollte Vielfalt und Widersprüchlichkeit der deutschen Geschichte verhandeln Wenn ich wie Peter Slotterdeik von der Zitat Verabredung eines Volkes mit seinem Schicksal in der ominösen Reichskristallnacht und der Nacht der Wunder 1989 raunt mag es vielleicht wie Rita Süßmut die vom Tag der Freude also 1989 und dem Tag der Trauer 1938 spricht Johannes Rau verkündet unterdessen von seiner ewigen Kanzel herab die Zitat Schicksalschwere Tradition deutscher Novembertage habe 1989 ihr glückliches Ende gefunden Auf Banalitäten wie Zahlungen für die erlittenen leider leidende Opfer des Nationalsozialismus wollte und will in der sokralen Atmosphäre ritualisierter Gedenkakte niemand zu sprechen kommen Dass die geschwungenen Reden ohne materiellen Konsequenzen bleiben ist offenbar Dass die Deutschen zumindest bis vor kurzem je mehr über den Nationalsozialismus sprachen desto weiter er zurück lag muss also andere Gründe haben Im Gedächtnis Theater ein Begriff von Michael Boddemann geht es um die Identitätssuche der deutschen Hauptdarstellerinnen und der Beteiligung jüdischer Statisten Wer Auschwitz leugnet leugnet Deutscher zu sein wie Roland Koch es in seiner ganz eigenen Weise auf den Punkt bringt Die rot-grüne Konsensmaschinerie hat diese Selbstverpflichtung auf Auschwitz als moralischen Rahmen deutscher Politik zur Hegemonie verholfen gegen Walser und die Bevölkerungsmehrheit die stets das Lineal parat hält um den Schlussstrich zu ziehen Damit wurde eine anormale Normalisierung durchgesetzt zuvor behauptete die Schlussstrich Fraktion unter Verdrängung der zum Betriebsunfall reduzierten Judenvernichtung andauernd Deutschland sei schon längst eine normale Nation doch diese Strategie der ruckartigen verdrängenden Normalisierung scheiterte immer wieder Die seit einigen Jahren neu gewonnenen Normalität besteht nun gerade im gegenteiligen Vorgehen nämlich in der staatsoffiziellen Anerkennung der Verbrechen die sich damit einverleibt werden können und zur Identitätsstiftung gereichen schon Ende der 1980er Jahre im Fall Jürgen Habermas Zitat nationales Selbstbewusstsein aus der kritisch angeeigneten Geschichte zu schöpfen Klaus Bittermann bemerkte dazu selbst Kohl entschied sich für die Habermasche Version weil er begriffen hatte dass sich die Einzigartigkeit von Auschwitz besser zur unverwechselbaren Identitätsausstattung der Deutschen eignet als ein bloß vergleichbares und damit austauschbares Ereignis das keinen Anspruch auf Originalität erheben kann und die Deutschen zu bloßen Nachahmungstätern stempeln würde In den auf den offiziellen Gedenkfeiern routiniert abgesonderten Floskeln von Scham Schuld und der Singularität der Verbrechen kommen nicht nur ehrliche Abscheu sowie rhetorische Distanzierung zum Ausdruck sondern auch ein subkutaner Stolz auf diese weltweit einzigartige Leistung Wer jedoch organisierten Massenmord in Vernichtungslagern nicht zum Anlass nimmt aus der Geschichte einer solchen Nation auszusteigen sondern sie willentlich und bewusst zum Teil der eigenen Geschichte und Identität erklärt ist nicht nur moralisch völlig korrumpiert sondern hält die Vernichtung zumindest als theoretische Option aufrecht Der Gedenkdiskurs fungiert so gesehen als Medium um die nationalen Interessen Deutschlands die subjektiven und oft inkonsistenten Ideologien seiner Staatsbürgerinnen sowie das Ansehen Deutschlands in der Welt auszutarieren Auschwitz steht einerseits in Abgrenzung zur bösen Vergangenheit für die wieder gut gewordene Nation andererseits als Menethekel ans Androhung zukünftiger ähnlicher Taten Noch sind die Deutschen jedoch eifrig dabei an allen Ecken und Enden ein neues Auschwitz zu verhindern Wir hatten jetzt eigentlich noch so einen kurzen Beitrag des Genossen hier vorgesehen den streichen wir jetzt aber denke ich aus Zeitgründen Ja ich würde ich würde dann gleich mal so einen kleinen Konflikt hier kurz zusammenfassen also nach einer recht konkreten man könnte sagen historisch-analytischen Darstellung der Position Deutschlands von Hermann Gremlitzer hat die Gruppe Top ja die These aufgestellt dass Kultur heute der neue Kid sei der die Nation zusammenhält also nicht mehr gebunden an Abstammung dagegen könnte man ja einwenden dass es das Jusanguin es immer noch gibt also nicht Kultur Stadt Blut sondern es existiert eben beides gemeinsam diese Herleitung von Zugehörigkeit zur Nation und Deutschland ist eben von so einem Verfassungspatriotismus à la Frankreich einfach noch weit entfernt und No Germans No Holocaust also dabei bleibt es also wenn die Ermordung europäischer Jüdinnen und Juden als deutsche Besonderheit wenn das die deutsche Besonderheit ist und das bedeutet dass Israel zu schützen ist gleitet man ja schnell ab in so eine Form von Realpolitik womit man sich im Grunde wieder das Problem schafft dass man was besser macht was man eigentlich abschaffen will also wenn die Position zu Israel wie es ein Genossen formuliert hat der Lackmustest für Linke ist wie sieht dann ein Verhältnis zur Nation aus eben zwischen einer Bestimmung von Antinationalismus aufgrund des Holocaust oder eben aufgrund von einer allgemeinen Kapitalismuskritik wie ist das ist das zu vereinbaren vielleicht jetzt die Frage an Topf versus Sinistra Also ich wollte die Zusammenfassung damit bin ich nicht einverstanden ich finde es auch nicht richtig Konflikte zusammenzufassen das ist ja Kooperatismus in Deutschland aber egal ich wollte eigentlich sagen dass wir nicht die Position haben dass jetzt plötzlich die Kultur das einzige Bindeglied ist es ging mir gerade darum stark zu machen diese Ungleichzeitigkeit als Modernisierungsprozess in Deutschland vorzustellen und eben auch die antideutsche Position anzugreifen dass beispielsweise das Jusanguinis oder auch diese Form der seit 2000 ja doppelt existierenden Staatsbürgerschaft eine deutsche Spezifik sei das ist eben nicht richtig das gibt es auch in anderen Ländern und ich halte das auch für einen ausgesprochenen Idealismus zu behaupten dass tatsächlich in Frankreich das Staatsbürgerrecht ohne Ausschluss von Geburt existiert hat genau und ich dachte wir streiten ja um die deutsche Spezifik und wenn ich sage ich bin gegen das Jusanguinis bin ich nicht nur gegen Deutschland sondern das Prinzip gegen das Prinzip der Nation im Allgemeinen ich denke dass es sozusagen eben gerade nicht notwendig in Realpolitik abgleiten muss und man sich dann irgendwie als Spieler in irgendeinem Politikspiel wiederfindet sondern dass es sozusagen da gerade darum geht auch die eigene Kritik zu schärfen und auch auf anderen Ebenen anzusetzen das war sozusagen der Versuch eben weil das relativ selten passiert hier nochmal ganz grundsätzlich anzusetzen an dem Prinzip der Identität um welches eben zum Kapital als Vergesellschaftungsprozess gehört und was sich dann sozusagen eben fortsetzt dass gleichzeitig kann man auch sagen dass die Kritik an Deutschland sozusagen auch die ganze Geschichte mit einschließt eben sozusagen also Auschwitz auch als Resultat einer Geschichte die vorher passiert ist das heißt man kann dort sozusagen schon in der Entstehung der deutschen Nation Spezifika sehen die eben anderswo anders verlaufen sind also wenn das Beispiel mit Frankreich kam sozusagen 1789 die französische Revolution die Nation gründet sich gegen den Adel waren die ersten Gehversuche in Deutschland neben relativ ungehörten von Herder dann später in den sogenannten Befreiungskriegen gegen Frankreich in denen Ernst-Moritz-Arndt oder auch Johann Gottlieb-Fichte dieses mit einem heiligen Franzosenhass begründeten und damit sozusagen eine Geburt der Nation aus einer Konterrevolution aus einem Konterrevolutionären Krieg sich ergeben hat dieses tradiert sich sozusagen auch weiter und der Versuch war jetzt auch sozusagen zu sehen wie sich durch Veränderungen von Wahrnehmung von Geschichte trotzdem solche Momente weiter tradieren am Beispiel des 9. November und da geht es sozusagen tatsächlich ganz konkret weil das Allgemeine der Nation immer historisch konkret sich äußert geht es eben ganz konkret darum dass es dort eben diese Spezifika in Deutschland gibt ja vielleicht so weit also die Frage war nach dem Begriff von Geschichte und der Frage von selbst Ahistorizität des eigenen Weltweit alle Jüdinnen zu vernichten ein globalen Krieg auf Grundlage von der Rassenideologie wurde gestartet wurde dann verloren und gleichzeitig ist das aber der Hintergrund eben und der Untergrund auf dem dann auch die Geschichte der BRD begriffen werden muss dass eben zum Beispiel das Wirtschaftswunder auch nicht losgelöst davon begriffen werden kann sondern eben auch aus den Profiten die vorher mit der Auspressung der Zwangsarbeiter realisiert wurden darauf basierte so und daneben vielleicht auch noch auf einer Ideologie von Arbeit von Hingabe an die Nation die Minus Rassenideologie darüber gerettet wurde so und das sind eben Kontinuitäten die man bis heute nachverfolgen kann und die spielen sich nicht nur auf so einer diskursiven Ebene ab so und ich finde man sieht das eben immer sehr gut und sehr genau wenn zum Beispiel von Seiten der Opfer von Seiten zum Beispiel wie das jetzt noch mal im Juni war von Seiten der Opfer von ich glaube Distomo war es auf jeden Fall von einem Massaker der Wehrmacht in Griechenland Forderungen erhoben werden materielle Forderungen die dann auch von dem italienischen Gericht quasi durchgesetzt werden sollten oder in einem Gerichtsurteil bestätigt wurden was dann für ein Aufschrei durch die Medien geht wo nämlich genau sich diese was ja auch zu Recht als Kulturnation Deutschland beschrieben wurde genau diese Kulturnation sich angegriffen sieht und dann die Befürchtung ist es gäbe tausende von Klagen von noch lebenden Opfern von Zwangsarbeiterinnen dann gab es eben so Überschriften wie eine Villa für Zwangsarbeiter Fragezeichen oder es wurde bemängelt von der CDU-Politikerin wieso denn jetzt ausgerechnet auf der Sphäre der Kultur wo doch da gerade diese friedliche Einigung Europas vorstatten geht wieso jetzt gerade auf dieser Sphäre nochmal diese alten Geschichten aufgewärmt würden so und da sieht man da wird sozusagen wie so ein Wespennest angepiegt sobald es in die Richtung geht sozusagen diesen Maßstab des demokratischen geläuterten Deutschlands sobald der auch eingefordert wird so also ich würde vorschlagen wenn es euch nicht zu sehr indigniert nach vorne zu kommen bei längeren Redebeiträgen das Mikro zu benutzen weil ich glaube da hinten versteht niemand etwas und ich auch nicht und vielleicht könntest du dann auch nochmal ausführen was daran das deutsche spezifische sein soll also ich würde doch daran festhalten dass Deutschland sich immer im Vergleich gesehen zu der antideutschen Argumentation es handele sich in Deutschland um einen immer noch völkischen Nationalismus Sinistra Gruppe 8. Mai hat auch gesagt es gibt den Mantel der Zivilgesellschaft aber einen völkischen Kern diese durchaus idealistische Trennung von Wesen und Erscheinung will mir nicht einleuchten denn es ist ja ganz klar dass auf dem Weltmarkt Deutschland sich modernisieren muss und das muss auch jede Nation wie sie das dann historisch spezifisch macht ist in der Tat die Frage das muss man analysieren aber dass jetzt nur die deutsche Nation eine junge Nation ist das ist mit Blick auf Osteuropa ausgesprochener Quatsch würde ich behaupten denn dort haben wir die gleiche Rhetorik wir können nach Ungarn schauen nach Rumänien natürlich immer mit der Europaanbindung und da müsstest du vielleicht nochmal begründen warum das spezifisch deutsch ist ich weiß nicht ob ich es nochmal ganz wiederhole weil ich glaube es ist so weit jetzt von dir zusammengefasst worden dass das Ganze also die Erwähnung mit dem es gibt diese Idee immer jung zu sein ist glaube ich auch jetzt überall angekommen oder es gibt einfach im deutschen Nationalismus und ich glaube ich werde Kerstin da gleich auch zustimmen das ist in Osteuropa auch so soweit ich das weiß gibt es immer die Idee dass in einem Schöpfungsakt ich führe das jetzt ein bisschen weiter aus in einem Schöpfungsakt die Nation permanent neu gegründet wird das hängt sehr eng damit zusammen dass es eben um Kultur geht also wo geglaubt wird dass der Schöpfungsakt in der Kunst und in der Kultur für die ganze Nation gilt das Volk ist ein solches Gebilde das hat eine Überhöhung zur Folge eben genau die Entmaterialisierung Entpolitisierung die du auch aufgezählt hast und das ist der Eigenart das ist die Eigenart des Nationalismus also das kommt immer mit der Kulturidee das stimmt aber trotzdem ist darin etwas ganz Spezifisches was uns nicht dazu verleiten sollte zu sagen wenn die Deutschen sagen sie modernisieren sich jetzt dass wir dann mal suchen wo genau modernisieren sie sich denn unser Job ist es erstmal immer darauf aufmerksam zu machen so viel anders machen sie nicht sie machen einen neuen Film das ist ungefähr alles was neu ist an der ganzen Sache diese Idee des sich ständig Neuschöpfens Herr über sich selbst sein und so weiter die gehört zum Völkischen und das Biologische am Völkischen ist nur ein Material an dem diese Idee durchgespielt wird so ungefähr würde ich glaube ich die Differenz aufmachen ich glaube dann mit der Hülle bin ich dann auch nicht mehr zufrieden das würde ich auch nicht so formulieren und das ist tatsächlich ein Wahn des deutschen Nationalismus den andere Nationalismen eher teilen also die sind dann historisch noch später gekommen und kommen ganz anders zustande und da würde ich schon drauf beharren wollen und deswegen finde ich ich weiß nicht genau wie die Formulierung von Port war mit dem immer ewigen immer du hattest da eine schöne Formulierung die finde ich sehr gut und das das sollten wir uns merken eine Bitte ans Podium links da draußen was ich zu erwägen bitte ob die Formulierung dass die Nazis Jüdinnen deportiert haben oder vernichtet haben 1938 die Deportation von Jüdinnen ich nehme an dass gemeint war dass Juden und Jüdinnen oder Jüdinnen und Juden deportiert wurden dass Juden und Jüdinnen oder Jüdinnen und Juden deportiert wurden die Formulierung Jüdinnen die muss ich mir aber da ich voraussetze dass das auch so gesehen wird als eine mit einem Binnen-I geschriebene vorstellen das macht freilich dann die männlichen Opfer zu Jüden und ich finde da kann man sich als Angehöriger dieser Nation vielleicht die Zeit nehmen bei der Beschreibung dieser Opfergruppe zwei Worte zu wählen die paar Buchstaben sollten es dann doch noch sagen danke wir sind hier jetzt doch wieder bei Auschwitz also der massenweisen industriellen Vernichtung von jüdischen Menschen und ich würde doch ganz gerne noch mal auf die Frage zurück wir sind nicht bei Auschwitz sondern wir sind bei Deutsch genau dahin will ich zurück auf die Frage das Problem dass Auschwitz ich benutze das jetzt mal als Metapher eigentlich nicht integrierbar ist in sowas wie nationale Identität das ist ein Grundproblem deutscher nationaler Identität es wird aber integriert und vielleicht kann jetzt Topf oder Gesinnungsnahe von Topf noch mal was dazu sagen wie man jetzt doch mit dieser Form deutscher Spezifik in Bezug auf nationale Identität und damit auch an der Kritik an deutschen Nationalismus umgeht denn das ist ja schon vorhanden konkret historisch nur kurz wegen der Anmerkung von Hermann Kremlitzer das war da sieht man jetzt natürlich ausgesprochen nicht das war das Jüdin mit dem Unterlegstrich was dann sozusagen auch trans und intersexuelle jüdische Menschen mit einschließt aber wir müssen uns darüber jetzt auch wirklich nicht streiten ich würde auch gerne mehr zum Inhalt und weniger zur Form wenn das möglich ist ich will aber gerne was zu Auschwitz sagen es ist ja nachdem in Deutschland 30, 40 Jahre über Auschwitz nicht geredet wurde nur in der Form dass damit endlich Schluss sein soll dass man darüber redet worüber nicht geredet worden ist ist nach dem Tod der Täter Generation oder nachdem sie in Seniorenheimen verschwunden waren eine Entdeckung gemacht worden die ja fast wie eine große Erfindung war nämlich man hat entdeckt dass Auschwitz ein wunderbarer Exportartikel für die deutsche Außenpolitik werden kann man hat aus Auschwitz man hat Auschwitz wir haben also Sie können Sätze lesen von deutschen Politikern die heißen oder von deutschen Leitartiklern die Deutschen haben sich mit ihren Verbrechen mit dem Holocaust so auseinandergesetzt sie haben sich mit ihrer Vergangenheit habe ich irgendwo wörtlich so auseinandergesetzt das haben andere noch vor sich das heißt wir lehren anhand wir Deutschen lehren anhand unserer vorbildlichen Beschäftigung mit Auschwitz die Welt Moores und Joschka Fischer hat es auf den perfekten Punkt genau in der entscheidenden politischen Situationen gebracht wir bombardieren Belgrad um Auschwitz zu verhindern und mit diesem Mittel ist Deutschland sozusagen die moralisch integerste Nation vor der Welt geworden und es ist erstaunlich wie viele Nachbarn darauf hereinfallen und wie viele sagen wir mal so Gebrauchsphilosophen die auf einen Ruf an irgendein deutsches an eine deutsche Stiftung warten im westlichen Europa in dieses Lob der deutschen Vergangenheitsbewältigung der vorbildlichen nur diejenigen die Zwangsarbeiter waren die keinen so gut wie keinen für die lächerlichen materiellen die lächer mit den lächerlichsten Beträgen abgefunden wurden und auch das nur unter Druck nur wenn die wenn die USA sagen dann mit ganzseitigen Anzeigen in der New York Times Daimler-Benz eine Daimler-Benz Anzeige Technik Fortschritt Zwangsarbeit so und die Angst aufkommt man könne vielleicht die Karossen dort nicht mehr verkauft kriegen dann wird diese Stiftung hier eingerichtet und dann werden die damals Ausgebeuteten mit ein paar Mark abgespeist waren glaube ich auch ein paar Euro also Schnitt glaube ich 1500 oder sowas so das ist natürlich Auschwitz ist sozusagen der das höchste Gut des Deutschland hat wenn die deutschen Auschwitz nicht erfunden hätten dann hätten sie es erfinden müssen vielleicht kann ich daran anschließen als Antwort auf die Frage wenn es um linksradikale Politik in der Erinnerungspolitik geht ich bin sicherlich da nicht aktiv aber es ist ja genau die Art und Weise wie man also das Problem ist dass tatsächlich Linke sich diesem Projekt eines besseren Deutschlands angenommen haben und wenn man antideutsch argumentiert gerät man einfach in dasselbe Fahrwasser indem man sagt der Nationalsozialismus ist die Spitze und wir versuchen jetzt also durch eine spezifisch deutsche Kritik nicht mehr die Nation und den Kapitalismus als Bedingung und inhärente Möglichkeit anzugreifen sondern wir versuchen die deutsche Nation zu reformieren und ich würde schon sagen dass es auch zum großen Teil das Projekt von Angela Merkel nur ist sie Bundeskanzlerin und nicht in linken Spittergruppen und kann sich deshalb nicht weite Sprünge erlauben das ist natürlich klar dass sie da synthetisieren muss aber ich würde sagen das ist die große Gefahr antideutscher Argumentation und darauf dagegen ist festzuhalten dass man sowohl diese Prozesse analysieren muss also was bedeutet das wenn beispielsweise in Osteuropa was wir kurz vorgetragen hatten die Möglichkeit in die EU einzutreten daran gebunden ist dass man sich zur eigenen Aufarbeitung des Zweiten Weltkrieges bekennt und das heißt ja wenn Osteuropa das tut das dabei für Deutschland rauskommt das sind allesamt Nationen gewesen die keine okkupierten Länder waren sondern inhärent eben genauso antisemitisch wie Deutschland und es ist mehr oder weniger ein Zufall dass Auschwitz in Deutschland passiert ist also eine Relativierung der deutschen Verbrechen das bedeutet nicht dass in Osteuropa nicht dadurch tatsächlich Ausstellungen initiiert werden die aufklärerischer sind als das was es dort vorher gab aber auch da würde ich sagen ist es ist ein Stück weit eine Idealisierung zu glauben da geht jetzt dadurch viel voran also ein Beispiel möchte ich nennen zum Beispiel in Ungarn gibt es genau aufgrund dieses Prozesses konkurrierende Erinnerungen also es gibt ganz konkret in Ungarn gerade drei Ausstellungen in drei verschiedenen Museen die jeweils unterschiedliche politische Erinnerungsinteressen bedienen also da ist zum Beispiel einmal das Haus des Terrors das ist ein typisch totalitarismustheoretisches Museum wo also die Zeit des NS zusammen mit der Zeit des Kommunismus als Okkupation des Landes dargestellt wird dann gibt es das Holocaust Memorial Museum das ist ein sehr fortschrittliches Museum einfach deshalb weil es schon vor der Zeit des Zweiten Weltkrieges ansetzt und systematisch den Antisemitismus in den ungarischen bürgerlichen Parteien aufarbeitet und dann gibt es das Nationale Museum in dem der große ungarische Revisionismus gefeiert wird also der Zweite Weltkrieg gefeiert wird weil Deutschland es möglich gemacht hat das ungarische Reich zu erweitern und diese drei Museen bestehen alle nebeneinander die werden auch nicht geschlossen in der Zukunft sondern sie bestehen nebeneinander und das Holocaust Memorial Museum ist aber gegründet worden soweit ich das weiß eben um das was auch Rumänien sagt die Aufarbeitung des Holocaust für das Ausland zu dokumentieren und damit in Europa anschlussfähig zu sein an diese Debatten also auch da ist Vorsicht geboten wenn man sagt es sind nur fortschrittliche Prozesse die dort angestoßen werden sondern eben diese Eigentümlichkeit der Konkurrenz der Erinnerung und für Deutschland heißt es natürlich für Linksradikale weiterhin zu analysieren wie Deutschland diese Thematisierung in Osteuropa für sich selbst nutzt um die deutschen Verbrechen zu relativieren also Einopferung Deutschland alle sind Opfer Anthropologisierung des Leidens und so weiter das sind so Stichworte und zugleich auch immer wieder auf diesen Prozessen zu bestehen dass es materielle Ausschlussmechanismen gab also es gab keine materielle Entschädigung es gibt keine Mitbestimmung von ehemaligen Häftlingen in den Ex-Lagern und anstelle dessen also Günther Jakob hat es ja auch immer wieder beschrieben gibt es also diese neue deutsche Gedenkarbeiter-Elite und das ist weiterhin auf dem Terrain der Gedenkpolitik denke ich der richtige Ansatzpunkt darauf zu verweisen und die Geschichte was auch die Sinistra gesagt hatte nicht in eine positive Staatsbürgerkunde umbiegen zu lassen aber das geht unseres Erachtens auch wenn wir da vielleicht abstrakt gleicher Meinung sind nur wenn man auch eben antinational und antikapitalistisch argumentiert ich weiß nicht mehr in welchem Vortrag das gewesen ist es war da einmal dieses Nation Brand Ranking aufgeführt worden die Befragung und Deutschland hat da so gut abgeschnitten auf Platz 1 gewesen ich würde dann ganz gerne die Frage stellen ob in dieser Studie in dieser Umfrage wie auch immer sie gelaufen ist dann auf die Gründe eingegangen worden ist wo verfängt denn die Werbung für das Projekt Deutschland jetzt nicht in Deutschland ich denke das ist irgendwie so penetrant das kriegt man in jeder Ecke mit fast schauen die Leute dort dann im Blick irgendwie von außen auf Deutschland dann ist ja sind das eher solche Momente wie Fußball Weltmeisterschaft oder irgendwie der emotionale schöne Blick auf die Wiedervereinigung da haben sie sich wieder gefunden oder spielt sich das wirklich in dieser Perspektive dann halt auch auf die in Anführungszeichen Bewältigung von Auschwitz an ja also dass der wirklich Good Guy nur der geläuterte Bad Guy sein kann wo seht ihr dort die Gründe und ist das überhaupt irgendwie so nach zu vollziehen wie das genau irgendwie ermittelt wurde kann ich nicht sagen ich habe es wie gesagt nur auf Videotext gelesen da sind nicht oft lange Informationen zu finden und habe das auch gestern Abend nur ganz zufällig entdeckt und hatte auch wirklich keine Zeit mehr leider da noch weiter nachzurecherchieren also es geht auf jeden Fall um sozusagen das ist ja von einem Wirtschaftsforschungsinstitut es geht um wirtschaftliche Faktoren um ökonomische Faktoren aber auch noch um um einiges mehr das waren glaube ich sieben Punkte die da abgefragt werden die ich aber mir auch nicht notiert habe deswegen also ich habe das jetzt nur angeführt relativ spontan weil ich mir denke dass dort sozusagen auch etwas zum Ausdruck kommt also eben sozusagen Deutschland nicht mehr wie zur Zeit der Gründung der EU als EBG als das Land was man irgendwie erstmal unter Kontrolle halten möchte so dass es halt nicht wieder Scheiße baut salopp gesagt jetzt sozusagen war das ein ganz Aussage Ausdruck Aussagefähiges Moment dieser Index fand ich das jetzt halt als Vorbild gilt und was auch denke ich durchaus auch damit zusammenhängt mit einer führenden Rolle in der EU sicherlich und wahrscheinlich auch dem deutschen Weg des Kanzlers Schröders und dieser Irakkriegsablehnung aber genau kann man es natürlich nicht sagen also das wäre jetzt Spekulation da müsste man sich diese Studie genauer angucken was jetzt mir nicht möglich war also ich weiß nicht wie viele Länder da befragt wurden aber als also kleine Zusatzinfo in vielen arabischen Ländern findet man das auch einfach super was die Deutschen mit den Juden gemacht haben ich würde gerne nochmal auf das eingehen was gerade von der Top gekommen ist und zwar es geht ja immer darum dass das jetzt gesagt wurde Deutschland wäre modernisiert worden oder quasi durch über die über die Erinnerungsarbeit würde sich die deutsche Ideologie wenn man denn eine solche herausarbeiten möchte verändern und dann wäre die Frage von mir die ich hätte wenn sie sich verändert hat heißt das denn dass ein Herausarbeiten einer deutschen Spezifik um 1990 richtig war und es jetzt nicht mehr ist weil sie sich verändert hat oder war das von Anfang an ein Irrweg und die Frage würde ich dann irgendwie auch ganz gerne gleich ans ganze Podium formulieren vielleicht auch an Herrn Gremlitzer der war ja selbst dabei und also nicht dass ich das sonst niemandem unterstellen möchte aber ich war es auf jeden Fall nicht natürlich ist es richtig eine deutsche also das hat ja die Sinistra auch gesagt das Allgemeine äußert sich immer in spezifischen und historischen Formen und natürlich ist es richtig eine deutsche Spezifik zu analysieren aber was wir versucht haben zu kritisieren ist die Art und Weise also beispielsweise und ich glaube schon dass sich da was verändert hat ganz entscheidend durch Europa weil zum Beispiel dieses das Beispiel die Bestimmung Deutschland als korporatistisches Staatsmodell wenn man das genommen hat als alleinige Bestimmung der deutschen Spezifik würde ich sagen war es schon immer falsch weil es das Bild gezeichnet hat dass in den Staaten oder wo auch immer tatsächlich der Staat nichts mit dem Kapitalismus zu tun hätte nie eingreifen würde also es war immer schon in der in der Abstraktheit oder Absolutheit eine falsche Bestimmung aber zugleich war sie natürlich auch war natürlich auch Richtiges darin weil klar war aus dem NS wurde in die Nachkriegszeit eine bestimmte Form von Wehrhafter Demokratie Parteien Pakt und so weiter gesichert die an die nationale Gemeinschaft nationalsozialistische Gemeinschaft angeknüpft hat und jetzt aber wird genau dieses Staatsmodell was Angela Merkel als soziale Marktwirtschaft verkauft Stil bilden für Europa und das ist glaube ich schon auch der Grund warum ich weiß jetzt nicht welche Länder da befragt wurden aber gerade die osteuropäischen Länder begeistert sind von Deutschland weil sie dieselben Feindbilder teilen also Turbo Kapitalismus USA auch in diesem ganzen großen Diskurs Europa als Geschichte als einheitliche Geschichte des Abendlandes und das durchaus anti-arabisch würde ich behaupten also da ist ja nicht nur immer die Freundschaft mit den arabischen Völkern man kann sich das jetzt gerade angucken ganz akut in den Kulturbemühungen um die Türkei also die Türkei ist ja so der Grenzposten zu den arabischen Ländern und soll als Pufferzone nach Arabien kulturell schon mal eingemeindet werden also die Türkei ist Hauptstadt der Popcom Frankfurter Buchmesse Schwerpunkt Kulturhauptstadt Europas nächstes Jahr und so weiter und deshalb ist es uns sozusagen gibt es also was Herr Kremlitz auch schon gesagt hat es gibt den Exportschlager Deutschland und das muss man schon ernst nehmen dass das auch exportiert wird und in Europa hegemonial wird und nicht länger eine deutsche Spezifik ist es wurde gerade eingeworfen dass dadurch dass sich die deutsche Spezifik exportiert sie ja quasi nicht weniger die deutschspezifik oder kritisierenswert bleibt sondern irgendwie umso mehr angegriffen werden müsse weil wenn sich jetzt außerhalb Deutschlands plötzlich noch mehr Leute für die gleichen Spinnereien interessieren dann wird es ja quasi nur noch gefährlicher ja ich greife nicht mehr Deutschland als einzigen Hauptfeind an sondern ich greife genau dieses Modell oder diese Ideologie eines meinetwegen befriedeten Kapitalismus soziale Marktwirtschaft und so weiter an und nicht irgendein deutsches Wesen das ist doch der Unterschied aber das wird doch dann gerade häufig eben als deutsche Ideologie bezeichnet dass sich zwischen 1990 und heute da so schrecklich viel geändert hat das ist eine These die gerne aufkommt unter Geisteswissenschaftlern die sich natürlich auch immer wieder was Neues ausdenken müssen um auf dem Markt der Meinungen eine neue Duftnote zu setzen die Wahrheit ist dass sich so gut wie nichts geändert hat das heißt dass die Voraussagen die man 1990 getroffen hat für die Entwicklung jedenfalls die Leute wie ich damals formuliert haben sich ziemlich stringent bewahrheitet haben und das war ja nicht irgendeine Erfindung nicht weil ich so besonders schlau bin sondern weil man sich die deutsche Geschichte ein bisschen anguckt ich habe auf eine Frage die mir heute Morgen hier von den Veranstaltern zugegangen ist die heute im Anschluss an die Referate diskutiert werden sollte habe ich mir ein paar Notizen gemacht und ich trage die vielleicht damit es mal ein bisschen Fleisch dazu gibt einfach so vor wie ich es mir hier aufgeschrieben habe das geht schneller als wenn ich das jetzt so zusammenstückele das heißt 1989 im Jahr der letzten Reichsgründung hat Ralf Giordano in seinem Buch wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte die damaligen Kriegsziele des deutschen Kapitals aufgezählt nach dessen Pfeife die Nazis feiztanzen durften da macht sich das AVI das Arbeitswissenschaftliche Institut der Deutschen Arbeitsfront 1941 während Hitler bei Tisch über die germanische Besiedlung der Krim schwadroniert Gedanken wie die Industrialisierung in den Gebieten der ehemaligen UdSSR gestoppt und dennoch die Belieferung der deutschen Wirtschaft mit Rohstoffen aus diesem Land gesichert werden könnte ich sage mal Jeltsin die Fertigwarenindustrie des Ostens heißt es in einer seiner Denkschriften habe eine untergeordnete Rolle zu spielen Hans Kehl Präsident der Reichswirtschaftskammer erklärte 1940 im Großraum Gemeindes Europa können deutsche Arbeiter in Zukunft nur für hochwertige und bestbezahlte Arbeit die den höchsten Lebensstandard ermöglicht angesetzt werden Produkte die diese Voraussetzungen nicht erfüllen werden in immer zunehmendem Maße den Randvölkern zur Produktion überlassen werden müssen die Gesellschaft für europäische Wirtschaftsplanung und Großraumwirtschaft weist 1940 darauf hin dass es aus außenpolitischen Gründen notwendig sei grundsätzlich immer nur von Europa zu sprechen denn die deutsche Führung ergibt sich Zitat wörtlich denn die deutsche Führung ergibt sich ganz von selbst aus dem politischen wirtschaftlichen kulturellen und technischen Schwergewicht Deutschlands schon damals ist von einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft die Rede in dieser Denkschrift die Reichsgruppe Industrie formuliert zu den innerdeutschen Wirtschaftsaufgaben kommt die wirtschaftliche Neuordnung Europas der Aufbau des großeuropäischen Wirtschaftsraumes wird Investitionsprogramme großen Umfangs bringen und so weiter mitten im Krieg als die Nazis noch jeden Defettisten erschießen oder aufhängen ließen richtete sich das Kapital auf die militärische Niederlage ein mit einer Gelassenheit die einem zunächst den Atem verschlägt erst bei einigen Nachdenken fällt auf dass den Industrieführern der Ausgang des Krieges ziemlich gleichgültig sein konnte denn die Ziele die mit den Nazis und ihrer Wehrmacht zu erreichen waren waren doch erreicht das revolutionäre Potenzial der deutschen Arbeiterklasse war auf Generationen zerschlagen die Sowjetunion durch den Terror der Angreifer wie durch die Bedingungen des großen vaderländischen Kriegs als Modell einer sozialistischen Gesellschaft auf Jahrzehnte vielleicht schon damals für immer liquidiert die Konzerne hatten sich durch Arisierung und Kriegswirtschaft bereichert und modernisiert der Wiederaufbau den von Anspruchsmentalität freie Kriegsheimkehrer zu leisten hätten würde Investitionsprogramme großen Umfangs und entsprechende Gewinne bringen und so weiter das heißt nach 50 Jahren nachdem im Morgengrauen zurückgeschossen wurde erschien vor der Bundespressekonferenz der ehemalige sozialdemokratische Bundeskanzler Helmut Schmidt ein Mann der kritischen Denkens nie verdächtig war und referierte launig den Bericht einer Gruppe von Bankern und Regierungschefs im Ruhestand die USA seien mit einem Betrag zwischen 530 und 540 Milliarden Dollar das bei weitem höchst verschuldete Land der Welt seine Hauptgläubiger seien die BRD und Japan die sogenannten Verlierer des Zweiten Weltkriegs die BRD sei dabei aufgrund unserer Überschüsse die USA aufzukaufen demnächst werden deutsche Soldaten in Uniform durch Stalins Geburtsort schlendern was will Deutschland noch es hat das gekriegt wozu es zwei Kriege geführt hat so steht die Kontinuität ich würde ich würde ich würde jetzt auch noch mal ja das was von der Top kam zu Gedenkpolitik Exportartikel Auschwitz kann ich auch erstmal so unterschreiben also wenn ich jetzt auch nicht sagen würde dass das von allen osteuropäischen Ländern so geteilt wird in Polen zum Beispiel teilweise in Tschechien gibt es da ja auch ganz andere Strömungen also anti-deutsche Strömungen wenn auch anders motiviert als vielleicht ich jetzt oder auch in Rumänien ich habe mal eine Veranstaltung in der rumänischen Botschaft gesehen da wurde genau das durchexerziert dass Wolfgang Bent sozusagen die rumänischen Wissenschaftler so abgeprüft hat ob sie jetzt den Holocaust bestehen kann man so sagen ziemlich ekelhaft und da hat natürlich Deutschland eine Avantgarde Rolle das ist ganz richtig es gibt auch diese Europäisierung des Holocaust andererseits kann man da aber auch genau das sehen was ich vorhin in meinem Referat noch mal zeigen wollte das ist ja so ein Projekt was von der bestimmten gesellschaftlichen Schicht eben von der zivilgesellschaftlichen Elite vorangetrieben wird die sich jetzt aus irgendwie Lehrerinnen Pfarrern Publizistinnen Geisteswissenschaftlern und so weiter rekrutiert das aber nicht das was sozusagen alle Teile des Volkes interessieren würde sondern das gibt eben das was ich jetzt nicht als völkischen Kern sondern volksgemeinschaftlichen Kern identifiziert hatte eben den Stammtisch oder ja also wo ich jetzt ich will jetzt keine Zahlen nennen aber wo eben große Teile der Bevölkerung drunter fallen wo eben ganz offen rassistische antisemitische antiamerikanische ressentiments ventiliert werden also wie meine Oma mal sagte als den Bericht über die Zwangsarbeiter Stiftung im Rat da kam ja die Juden die wollen immer noch von uns Geld so das ist im Grunde Konsens das wird auch so offen formuliert die Politik weiß das kann es aber natürlich nicht so offen aussprechen sondern muss das in einer verklausulierten ideologisierten und politischen korrekten Form aushandeln so um jetzt noch mal kurz den Turn zurück zu machen zu Auschwitz also einerseits war Auschwitz natürlich eine wahnhafte Idee das war natürlich ein Wahn die Juden beherrschen die Welt stecken hinter Kapitalismus und Kommunismus stürzen die ganze Welt in Brand und so weiter quasi auch eine Projektion eigener Anteile und so ihr kennt das ja andererseits ist diese Ideologie ja aus den materiellen Gegebenheiten Erwachsen ist einerseits ein Bruch mit dem Kapitalismus mit kapitalistischer Profitmaximierung andererseits ja aber auch genau die Radikalisierung davon also die Radikalisierung von Arbeit als Selbstzweck von Hingabe als Nation an die Nation dann in der Volksgemeinschaft so die tendenzielle Unterordnung des Einzelnen unter des Kollektivs die dann eben in Auschwitz oder in NS Deutschland so zur vollen Blüte gebracht wurde in gewisser Weise könnte man das ja dann vielleicht auch als Turbokapitalismus begreifen und so gesehen da würde ich dann auch nochmal eben diese deutsche Tradition sehen also eben die völlige Unterordnung unter so Imperative von Staat Kapital Nation die eben bis heute fortbesteht bis heute gibt es da nur sehr wenige individuelle Freiräume Autonomien es gibt es gibt im Grunde nie eine solidarische Gegenwehr es gibt keine Generalstreiks keine illegalen Streiks und so weiter und genau aus dieser Identifizierung mit Kapital und Nation erwachsen dann diese Ressentiments die wiederum sozusagen den volksgemeinschaftlichen Kern ausmachen oder da wuchern so Entschuldigen darf ich da drauf mal was sagen ich habe den Eindruck außer vielleicht ist doch nur ein Gefühl das mich beschleicht dass es ein Interesse gibt oder eine Stimmung gibt sich im Allgemeinen zu bewegen oder zeitlos zu halten also Kapitalverhältnis Identität A und A ich will nicht sagen dass ich es langweilig finde weil das alles schon mal diskutiert wurde es wurde auch schon mal diskutiert und wird immer wieder diskutiert aber außer Hermann sehe ich niemand den es drängt die Frage zu beantworten was in den 18 Jahren seit 1990 89, 90 überhaupt passiert ist und wir befinden uns im Moment in einer Zeitenwende wir befinden uns im Moment in einer Situation wo das letzte Wort von Hermann war Deutschland hat alles erreicht oder sinngemäß Deutschland ist dabei gerade Voraussetzungen zu schaffen noch viel mehr zu erreichen wir erleben gerade die Zeitenwende dass die USA als Supermacht zusammenbricht finanziell dass Deutsch-Europa vollkommen neue Möglichkeiten vor sich hat die vorbereitet wurden in den letzten 18 Jahren dass Deutsch-Europa sich daran schickt und Deutschland natürlich damit an erster Stelle den Druck auf die USA zu vergrößern durch den Zusammenbruch des US-Finanzsystems vollkommen neue Möglichkeiten erhält diese Geschichte muss halt auch erzählt werden ich habe versäulen ich habe es vermisst dass die heute Abend erzählt wird nehmen wir den Iran einige haben vielleicht gedacht Herr Busch würde kurz am Ende seiner Wahlzeit so wurde es auch in unseren Kreisen manchmal kolportiert nochmal schwer zuschlagen im Iran und würde das was Israel nicht schaffen kann würde er nochmal dann wenn er selber nichts mehr zu verlieren hat kurz vor den Wahlen nochmal dort irgendwas unternehmen das ihr kennt diese Überlegungen die von Ben Morris sogar in der Welt geäußert wurden der gesagt hat im November wird es passieren man wird dieses iranische Regime entmachten das ist die letzte Gelegenheit wir sehen jetzt diese letzte Gelegenheit wird es nicht mehr geben diese diese USA wird in den letzten sechs Wochen vor den Wahlen und in den nächsten sechs Monaten nach den Wahlen nichts gegen den Iran unternehmen und unternehmen können und dabei spielt natürlich Deutschland als eine als ein Land das ganz führende Handelsbeziehungen zum Iran und das diesen Boykott immer wieder unterlaufen hat und das bereits den Boykott damals gegen das irakische Regime unterlaufen hat dass faktisch den USA die Kosten aufgebürdet hat einer ganz bestimmten eine ganz bestimmte westliche Weltordnung durchzusetzen und wie Hermann richtig sagt in der dritten Reihe steht und von hinten seinen Vorteil sucht von der dritten Reihe sich bitten lässt und so weiter aber dabei seine Vorteile systematisch ausbaut und seine seine Position ausbaut und diese BBC Sendung die du erwähnt hast das ist eine BBC Recherche die jedes Jahr wiederholt wird wird dann Deutschland zum beliebtesten Land und Israel nach dem Iran das verhasteste Land auf der Welt so haben sich die Dinge seit 18 Jahren gewendet Israel ist Deutschland ist im Ranking jetzt vor Japan auf Platz 1 das beliebteste Land der Welt und Israel kommt nach dem Iran als zweit verhastetes Land der Welt und dann gibt es noch so schöne Dinge wie das 70% der Israelis Deutschland lieben und 70% der Deutschen Israel für das schlimmste Land halten also solche Geschichten das ist sehr hergestellt worden und ich hätte erwartet dass man heute Abend mehr Gedankenkraft darauf verwendet diese 18 Jahre zu schildern und die einzelnen Stationen nicht nur am Beispiel der Gutwertung der Deutschen am Beispiel von Erinnerungskultur sondern der ganz konkreten Schritte Also ich glaube wir haben einfach einen Unterschied darin was die Kontinuität ist und wenn Gremlitzer sagt die Deutschen bekommen das was sie schon immer wollten dann ist das natürlich eine Veränderung des historischen Prozesses wie der sich durchgesetzt hat und das haben wir versucht zu bestimmen nicht zu sagen die Deutschen haben erst haben kein Interesse in Europa beispielsweise die Leitung zu übernehmen das haben sie sowieso wirtschaftlich da müssen sie sich nicht besonders bemühen und wenn man sich diese ganzen Invest-Zeitschriften anschaut die in jeder Botschaft im europäischen Ausland rumliegen dann ist das natürlich da komme ich selten ja ich auch aber man kann sich die bestellen in Deutschland also das ist übrigens eine Kampagne Land der Ideen davon kriegt man ja was mit und es ist da ist das genau so es ist Deutschland der Global Player Europas und die Führungsmacht Europas und das ist natürlich eine deutsche Spezifik insofern dass Deutschland nicht einfach europäisch ist sondern eine der der bestimmenden Kräfte vielleicht noch mit Frankreich und das ist aber natürlich also dass sozusagen die deutsche Spezifik die ich kritisiert habe lag an dem Weg wie die antideutsche Linke sie in den letzten Jahren bestimmt hat um das vielleicht nochmal deutlich zu machen und es tut mir leid wenn wir dann einige Erwartungen nicht erfüllt haben ich würde ganz kurz nochmal also darauf zurückkommen was tatsächlich Thema des Abends war nämlich Thema des Abends ist eine Kritik an der Nation und im Besonderen eine Kritik an der deutschen Nation und wenn wir uns hier zumindest einig sind dass das eine Kritik an Antisemitismus beinhaltet dann heißt es ja dass man sich auch angucken muss was mit Auschwitz mit der Erinnerung daran passiert was wiederum dazu führt dass man sich überlegen muss wie man mit Israel heute umgeht denn das eine folgt aus dem anderen also Hermann Gremlitzer hat dargestellt was Deutschland mit Auschwitz macht du hast darauf hingewiesen dass wenn man sich sozusagen nur an diesen ausschließlich an diesen Teil deutscher Geschichte festmacht also hast du auf die Gefahr eines antideutschen Reformismus hingewiesen aber die Frage ist ja immer noch was macht denn die Linke mit Auschwitz das heißt was macht die Linke heute mit Israel so wie sieht das Verhältnis dazu aus und was ist wenn heute wie auf so einer Demo hier Leute die Israel fahren tragen auf so einer Demonstration gegen Nation angegriffen werden so das ist jetzt was relativ Banales was hier in Deutschland auf einer Demo passiert also ich würde auch schon sagen das ist wichtiger als sich anzugucken was deutsche Politikerinnen und Politiker mit dem Iran machen der Israel als Land bedroht das hat nochmal einen ganz anderen Maßstab als jetzt wenn hier Leute mit Israel fahren rumrennen aber das ist doch letztlich der Punkt auf den es hinausläuft wenn man versucht eine Kritik an Antisemitismus der aus Kapitalismus also sich auch wieder heraus erklären lässt mit einer Kritik an Nationalismus zu vereinen und das ist letztendlich auch die Frage die hier versucht werden sollte so ein bisschen zu beantworten wie sieht es denn damit aus können wir darauf ein bisschen zurückkommen ich würde ja sagen jeder Antinationalismus in der linken Diskussion lenkt genau von dem ab was Günther gerade eingefordert hat man muss sich die Frage stellen was macht Deutschland also die eben beiden genannten Fragen was macht die Linke mit Israel die sind wichtig die sind auch für die antideutsche Position wichtig da ist eine Projektion eine antideutsche Projektion am Start die am Ende auch auf etwas hinausläuft was deutsch ist aber was jetzt in diesen Wochen gerade geschieht Georgienkrieg Finanzkrise und das deutsche Verhalten zur Finanzkrise und die Äußerungen die machen ganz klar dass eine andere Qualität ansteht die sich seit der Fußball-Weltmeisterschaft andeutet und diese andere Qualität heißt nicht einfach nur sowas wie in den bisherigen Institutionen Weltherrschaft die immer angestrebt war sondern die heißt nochmal was ganz anderes die heißt nämlich auf der Grundlage der deutschen Geschichte gestern Abend sind wir da zufällig drauf gekommen Deutschland 137 Jahre Pariser Kommune beginnt mit der Ermordung aller Revolutionäre in Paris das ist die deutsche Gründungsurkunde eine der deutschen Gründungsurkunden und so geht die Geschichte und sie geht ständig weiter und sie geht auch in der Zukunft weiter sie geht zum Beispiel vor zwei Jahren wenn also deutsche Truppen im Mittelmeer an der Grenze Israels stationiert werden lang gehegter Wunsch dann hat das eine Dynamik die da drin steckt die nicht einfach nur die Aufteilung der Welt bedeutet sondern sie bedeutet dass sowas wie im Jugoslawienkrieg über neun Jahre hervorgetreten deutscher Antislawismus auch sowas bedeutet wie Krieg und im Zweifelsfall auch Vernichtung ja und das steht auf der Tagesordnung zu beantworten für die deutsche Linke ob der jetzt leider schon recht weit fortgeschrittenen Zeit und weil hier nach auch noch ganz hedonistisch der Abend ausklingen soll würde ich sagen die letzte Frage die gerade gestellt wurde ans Podium also die Frage nach dem ich meine ja nach dem Verhältnis einer sich antinational oder antideutsch generierenden Linken in Deutschland zu Israel würde ich bitten nochmal in kurzen Statements quasi auszudrücken jetzt also das wäre jetzt die Bitte an alle Referentinnen hier auf dem Podium und Referenten wie gesagt also mit so einem abstrakten Antinationalismus kommt man natürlich nicht weiter weil man irgendwie dadurch wie schon erwähnt die Spezifika nicht mehr erkennt nicht mehr hinkriegt deswegen ist notwendig sozusagen in der Kritik des Antisemitismus eingeschlossen eine Solidarität mit Israel als Schutzraum als bewaffneter Versuch der Juden den Kommunismus zu erreichen wie es die ESF mal geschrieben hat insofern gibt es da nichts dran zu deuteln ja ich finde es eigentlich schon eine Zumutung dieses Thema Israel zu sagen jetzt bitte kurz damit wir mal kurz die Identität für die Linke in Deutschland abklären Israel interessiert uns eigentlich gar nicht das finde ich schon mal die erste Unverschämtheit und so ist es eigentlich immer dass niemand wirklich über Israel reden wird will sondern eigentlich immer nur sagt willst du die Fahne ja oder nein das interessiert mich überhaupt nicht es geht darum dass wir eine klare Ansage haben Solidarität mit Israel genau als die als das Land des Schutzes für Juden und Jüdinnen gegen den Antisemitismus es geht aber dann darum das bedeutet auch wenn Leute anfangen auf Demos zu prügeln also Prügel hat da Gewalt sowieso als erstes Mittel nichts verloren und wenn das tatsächlich gleichzeitig geht es aber auch darum dass ich klar die Antisemiten aus der Demo raus aber gleichzeitig gibt es eine Instrumentalisierung der israelischen Fahne von Linken für ihre eigenen Identitätsbedürfnisse die ich auch nicht richtig finde und ich halte es gegenüber Israel für keine also Israel wenn man dann sagt das ist das Land des Kommunismus also ich meine ja das wurde glaube ich nicht gesagt gut man kann seine Kritik der Nation vielleicht vielleicht gerade als Deutscher würde ich sagen für die nächsten Dekaden angesichts der von unseren Vätern angerichteten Vergangenheit an allen möglichen Nationen festmachen und muss sich dabei nicht auf Israel konzentrieren das ist gebietet sozusagen mit unserem blödes Wort im Mund einfachster Anstand Schluss aus zu diesem Punkt und genau das gleiche auch natürlich ist Israel kein kommunistisches Land aber es ist auch nicht das einzige kapitalistische Land und deswegen machen wir wie jeder anständige Kritiker erstmal das nieder die Gesellschaft nieder in der er lebt da kostet es was weit auszugreifen nach weit entfernten Ländern ob es nun China ist oder Israel oder die Sowjetunion aber das wichtigste in diesem Fall ist natürlich Israel das ist immer eine Entschuldung und Entschuldigung und ein Herausreiten Deutschlands aus seiner Bredouille und verbietet sich deshalb für die Linke so einfach ist das dass man neben all dem auch noch einen Haufen Scheiß machen kann also dass man sich dumm provozierend verhalten kann nur um sein eigenes Mütchen zu kühlen beispielsweise wobei ich das Mitführen einer Israel Fahne auf einer Demonstration nicht so werden würde aber man kann den Leuten auch nicht wirklich ins Herz gucken die das machen also ob sie da jetzt nur den Putz haben wollen oder nicht jedenfalls muss klar sein dass jeder egal aus welchem Motiv das getragen wird dass jeder der sich dann an dieser Fahne vergeht eine aufs Maul kriegen muss so einfach ist das